Ich weiß gar nicht, was da immer so Hardcore im Laden ist. Ja, das ist so ein mega anspruchsvolles Spiel. Ja, ich merk das, ich merk das. So, jetzt kannst du einen Lorden. Ja, dazu müsst ihr aber erst mal drin sein. Achso, du bist selber noch nicht. Ja, jetzt bin ich drin. Jetzt allerdings ist jetzt mein Bild schon wieder festgehakt. Das ist ja Wahnsinn. Mein Dingens hier. Das ist ja wohnsinn, du. Oder soll ich das machen, der Horst? Ich bin gerne der Horst. Ja, ich weiß, dass du gerne der Horst bist, aber nein. Okay, das funktioniert leider nicht so. Und wie fühlst du dich? Ich? Jo. Super. Ich hab so eine Stunde nicht geschlafen. Wie soll ich mich fühlen? Bist du müde? Du brauchst einfach mal ein frisches Zorn Fass, denn geht das wieder. Ja, musst du mal in die Karate gehen, um mir zu holen. Du grüne neuner. Auch noch bewegen. Boah. Na? Mal gucken, wie viele Schritte bin ich denn heute schon gegangen? Ach, 5500. Ja, dann könnte ich wirklich mal in eine Garage gehen. Muss ja was für meinen Adoniskörper tun. Welcher Adoniskörper? Mein Astralkörper. Welcher Astralkörper? Achso, muss ich noch online gehen hier bei Steam? Ja. Nee, bin ich ja. Bin ich schon. So. Freunde. Dichter, Dichter. Blöpp. Wie nett, Dichter, Dichter. Wenn's sein muss. Wie war das? Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. So, was spielen wir denn heute Schönes? Immer noch Goethe. Hallo? Yo, Fit. Ja. Ja, super. Ich hab mich grad nur kurz gemütet, weil ich ein Lach schattet. Innerlich hab ich immer noch einen. Ich muss zwar eben ganz kurz die Hose wechseln, bin gleich wieder da. Ich hab von Lachen in die Hose gemacht. Alles klar. Ah, ich bin breit. Hier. Ja, dass du breit bist, weiß ich. Kuhn. Dauerbreit. Achso. Hä, das ist die normale Map? Wieso hat die so lang geladen? Das ist nicht die normale Map. Oh Gott. Das ist ja echt nicht die normale Map. Oh nein. Hole in one. Eieiei. Ah, hole in two. Geht das wieder los hier? Komm schon, komm schon, komm schon. Yo. Bei Diggi klingt das immer wie so eine Kraftentstrengung. Als wenn er da mit vollem Körpereinsatz reingeht. Ja, ich seh dann immer aus wie ein Gesichtspieler mit Verkopfung. Ach du grünes Ding. Du ahnst es nicht. Scheiße. Warst du zu doll oder bist du drüber? Ah, okay. Ich verstehe. Irgendwie bin ich nicht mehr dabei. Ich kann euch zwar zugucken, aber das war's. Okay. Ja, du bist, äh, ran out of strokes. Boah. Aber wie hat der Scheiße. Oh, schade. Hättest du mich nicht reinbumsen können? Nö, warum sollte ich? Ich weiß, ich wäre gerade selber nicht. Was ist denn hier los? Also Diggi hat schon mal verloren, ne? Toll, witzig. Ich hab nicht mal was gemacht. Hä? Hä? Ach, da bist du ja. Wah! Ey, ey, ey! Toll. Ähm. Ah. Ah, okay, alles klar. Hä? Wo bin ich denn? Ja, danke dir auch. Und danke, dass du dabei warst. Ich freu mich, wenn du das nächste Mal zuschaust. Jo, mach's gut. Tschüss. Ich bleib davon liegen. Leck mich. Mit. Nein! Nein, schlepp mich. Schlepp mich fett, ey. Was? Schlepp mich fett? Nein! Jo, drin. Das war ja einfach. Das wusste sogar schon Boris Becker. Und das mag ich jetzt. Ist das fest, oder was? Nein. Das ist doch echt nicht. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Ja, nochmal, nochmal, nochmal. Mach dasselbe Ding nochmal. Lass mich einfach frei. Gut, ich bin ja nur ganz knapp Erster. Natürlich. Ja, und ich hab jetzt schon verloren. Wahnsinn. In welche Richtung? Okay. Das erklärt's, glaub ich. Äh. Ja. Huh! Du willst aber ein bisschen... Natteln, ey. Huch. Ah, okay. Das muss so. Okay, das muss nicht so. Hä? Hä? Was ist das? Hä? Ja, nein! Das gibt's doch gar nicht. Was denn das hier? Was denn das nur, oder? Ich bin immer noch in diesem Ding hier. Ich auch! Nein, 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 nein! Nein! Oh, scheiße, ich bin drüber weg. Aber jetzt. Okay. Irgendwie etwas verwirrend. Ich bin drin! Ah! Ich hab's geschafft. Wo sind die denn hin? Ja, ich hüpfe hier so durch die Gegend. Mal gucken, was hier so los ist. Äh, irgendwie, Rallye ist nicht ganz. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Oh, ey, nee, ne? Doch, du bist aber wieder zum Anfang zurück. Nein! Merk schon, das wird dort nicht meins werden. Das ist nie da jetzt. Das ist richtig. Obwohl, einmal, glaube ich, war ich erst da. Einmal? Das war wahrscheinlich Einbildung. Ach, halt doch einfach an, du blöder Balle. Ihr braucht ja noch ein bisschen, ne? Ich bin gleich wieder da. Wieso? Ich bin fertig. Ja, ja. Ihr braucht ja noch ein bisschen. Ist er drin? Fast. Oh, der ist ja fast drin. Warte denn. Mach ich doch noch mit? Oh, Quatsch. Hass. Hass. Oh, gleich dann. Hass. Nein! Nein! Du Arsch! Pass! Pa! Nein! Ich bin nicht so laut, Seidhals. Nein, nein. ich bin gar nicht so glücklich darüber ehrlich gesagt nein ich weiß was das ist möchtest du uns irgendetwas das ist nice ich bin gleich wieder da war klar ah ok da oben rein verstehe verstehe wenn hülseburg hits youtube ja du musst da schräg ran am besten du spielst mit banden allerdings nicht von da aus das funktioniert dann nicht oder du hast glück das war können entschuldigung können nicht schlimm alles gut nein und da bist du ja birdie oh das hast du mal geschafft das habe ich schon öfter geschafft nur noch nicht in dieser runde ich musste unbedingt mal den neuen dead by daylight killer zeigen wieder einen neuen mhm ok was kann er ist das irgendein bekannter oder ist das einer von den ich glaube der ist diesmal nicht aus einem film oder serie oder sonstiges aber das ist der erste killer mit dem ich glaube ich halbwegs klarkomme der tickster der kann also so ja glasdörche quasi werfen hallo hallo wir warten nur noch auf dich ja das ist in ordnung äh und 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 ist richtig cool das zeig ich dir nachher ok ah da haben wir sich hinten alles klar ich bin richtig cool das stimmt ne nicht du was war das denn gedacht hallo 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 ist mir übrigens auch passiert hallo schön hallo aber schön dass dir das auch passiert hallo 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 hat das ich bin Total beschissen in dieser blöden Kante gelandet, dass... naja, gosh. Hä? Ah, Buddy! Okay... Nein, bleib stehen. Der Asch hat's auch. Buddy! Boah, der Asch muss mir echt alles nachmachen. Bam 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 bam. Bist du bitte nicht stehen. Äh, was denn? Nein! Ja, dann viel Spaß beim Zocken. Und... ja. Danke, dass du dabei warst. Jo, mach das! Tschüss! Ja. Nein! 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 Was tue ich denn hier? Was ich nicht? Ich bin schon im Loch. Ich warte auf euch. Ja, du ziehst es ja auch. Das Digimonster ist jetzt auch unten. Das Digimonster liegt da ein bisschen im Weg. Doch nicht. Klar, ständig. Was? Was anderes kannst du ja nicht. No way. Ja, nun. Ich meine, etwas muss ich werden. Genau, wenn's nur dumm rumliegen und im Weg liegen ist. Genau. Das ist keine Stärke. Doch. Oh doch, dann brauchst du viel Skill für. Ja. Ähm, nein. Ähm, ja. Ähm, Computer sagt nein. Oh, das war zu weit. 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 Gut, nicht nur Frutus war zu weit. Nein, nein, nein. Nein! Schon wieder. Also mit Schwung, aber mit nicht ganz so viel Schwung. Ich war... Ah, ich verstehe. Weißer, Parker! Digi ist erster. Ja, nun. Das heißt ja nichts. Das grelle ich eh nicht mehr. Gewinn. Der Zug ist abgefahren. Oh. 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 ну. W- Komm, nein. Juhu! Wow, Schat. Igel, Igel. Nein! Ichしました. Ihr wie er passt mit? Nein! Aber, aber. Digi ist es einfach mal soco comprend. Weißt du? Ich höre Frutus Schrei, schon bevor er hier überhaupt ankommt, ohne dass ich überhaupt schon was sehe. Das ist so geil. Hallo, das sind, das ist ein tiefer Schrei des Schmerzes. Was? Was? Nein! Das war zu doof. Oh, Erdbeeren. Oh, Erdbeeren. Was machst du denn vor mir? Ey, direkt vor mir gespawnt, ey. Hä? Was? Also, ich hab's geschafft. Ey, wie soll man das denn machen? Hä, einfach da durch. Das geht gar nicht. Doch, klar, ich bin da drüben. Na, erstmal steht man hier so, kacke, man muss sich gerade durch. Nein! Nein, 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 nein. Was? Hä, einfach da durch. Ich bin verhungert. Ja. Was macht ihr denn da? Ja, durchgehen. Das Schlimmste ist, ich konnte... Digi hält es fast, er ist nur verhungert. Was? Das kann mir nicht passieren. Von da kommt... Kommt ihr doch, oder ne? Ich weiß nicht, gehst du da rüber? Ja, ich glaube. Ne. Ne, ne. Na gut, aber war ein Versuch wert. Ja, ich seh das gerade nur durch Digi. Wer da gerade war. Aber Digi hat's jetzt durchgeschafft. Yeah, 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 yeah. Im mühsam ernährt sich das Eichhörtchen. Ach, komm, das ist jetzt nicht... Oh, blöder Ball, ey. Ja. Blöder. Digi, was habe ich dir beigebracht? Sei lieb zu dem Ball. Sei der Ball. Garantiert nicht. Niemals. Doch. Du musst den Ball verstehen lernen. Sonst wird das nie was. Oh, oh, oh. Ich merke da schon, dass das nie was wird. Ja, weil du nicht lieb genug zu dem Ball bist. Guck dir Frutches an. Küss ihn. Als wäre es deine Schwester. Ich habe eigentlich nicht unbedingt das Bedürfnis, meine Schwester zu küssen. Ich auch nicht, weil die ist so bärtig. Okay. Das stimmt, ja. Aber es ist so, dass das nicht ist. Egal. Wo muss man denn hin? Hä? Far, far away. Boah. Peter, ey. Hä? Wieso? Weißt du? In allem kommt der da rum, ey. Oi, oi, oi. Hu, ich bin ja auf einem Match von eben. Buddy. Och nee. Och nee. Sag mal, bist du schon wieder Baden oder was? Yo. Ich war schon auf dem grünen und bin wieder reingerollt. Jaja. Rollin. 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 Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Nein, jetzt bleibt er auch nur davor liegen, ey. Wo ist die Escape-Claste? Nee, das war eigentlich meine Leertaste. Uh, Usa. Hä? Achso. Einmal vor euch gegen die Bande. Ah, mit Schmackes. Ah. Nein. Darf ich hier liegen, wenigstens? Nee, natürlich nicht. Ah, ich verstehe. Bin ich doof. Oh, dazu sag ich jetzt mal nichts. Aber warum liegst du da noch? Toll. Ich muss mich erst mal abreagieren, sonst hätte ich drüber weggeschlagen. Pusa. Pusa? Wie heißt diese Pusa? Wo kommt sie her? Heidi, warum gehst du nur baden? Weil ich versucht habe, den Pusa zu machen. Was nicht ganz geklappt hat. Kondor. Dann wären sie nicht ganz so schlecht danach. Igel. Albatross. Oh, Albatross sogar noch. Ah. Ah. Okay. Nein, war das gescheatet. Wieso? Da hat Diggi auch gemacht. Aber funktioniert. Das ist die Hauptsache. Weißt du? Und bei euch funktioniert's. Wo bleib ich liegen? Nein. 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 Sollen wir die einfachsten Sachen, ne? Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Mir wird schlecht. Ich kotze gleich. Ich sehe nichts mehr. Wo muss man denn hin? Ach, da. Nein. Das war dumm. Wie? So eine Lümmeltüte kommt da hoch. Das war okay. Oh nein. Das war die einfachsten Sachen, ne? Wie? Püri. Das gibt's doch hier nicht. Ja. Er sucht diese Maps aus. Ich gehe jetzt einfach nur... Ich gehe jetzt einfach nur der Reihenfolge nach. Oh komm schon. Das war ich schon drüber. Aber witzig, was das Geile ist. Ich bin endlich fit. Ja, da kannst du noch fünf Stunden dranhängen. Wenn man mit mir dann spielt, ist man gleich fit. Oh, Digi hat's geschafft. Naja, es kommt drauf an, mit wem du spielst. Wenn du jetzt zum Beispiel mit meinem Vater spielen würdest, dann nicht. Oder... Nee, da wärst du schon tot. Drei Herzinfarkt, mindestens. Oder, äh, wenn du mit gewissen Leuten, äh, Civilization spielen würdest. Ja. Wenn ich dich an die Male damals erinnern kann mit zwei Leuten, die einfach mal für einen Zug für drei Stunden gebraucht haben. Ist das Anspielung auf meinen Bruder? Nein, überhaupt nicht. Wie kommst du denn darauf, dass... Soll ich auf deinen Bruder, also... Niemals. Wer würde denn sowas denken? Oh Gott. Die Map sagt mir was. Chaos der Zahnräder. Alter, wir kommen... Ja, leck mich. Okay, 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 okay. Jo, 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 diesmal wird's was. Äh, ja, ja, komm. Usa. Muss ich da in das Loch rein? Nein, da wirst... Wenn du da reingehst, kommst du wieder nach oben bei den Zahnrädern. Ich bin nämlich grad bei meinem Glück wie immer reingefallen. Hm, hm, hm. Okay, das ist gut zu wissen. Ajo. 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 Huch. Nein. Schleck mich fett. Jetzt? Nein, 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 nein. Ja. Ajo, da komm ich mit zwei Schlägen da runter, ne? Und da brauch ich am Ende sieben Schläge, um da reinzukommen. Hui. Mann, sie backt sich wieder rein, ist klar. Hä, wieso? Ich bin da ganz normal reingekommen, ey. Komm, schau, schubst du mich da rein, bitte, bitte bitte. Er hat sich beinahe reingepackt. Trägiges, kleines... Hallo. Wie nennst du mich? Nicht dich, nicht dieses, nicht euch. Wie nennst du meine Mutter? Ach, dich nicht. Ich kenn die doch gar nicht. Du sollst wo? Ach, jetzt rutscht ich. Oh, du. Oh, Gott. Ich geh gleich nach außen. Du bist doch zu Hause. Wer weiß. Jo, da ist er. Auch mal geschafft. Wahnsinn. Oh, ich hab gewonnen. Ich hab Käse gewonnen. Ich hab ein Pancake gewonnen. Fand ich gut, die Map. Echt? Ich hab... Keine Ahnung. Obwohl ich zweiter bin. Ich bin ja nur zweiter Scheiß-Map. Oh, Mann. Oh, hauahuah. Da, da. Ich bin voll. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich muss mal ganz, ganz kurz telefonieren. Dauert nicht lange. Sag dir ja, und ist drei Stunden weg. Stecken gut, was wir wollen. Dauert nicht lange. Bis gleich. Tö, tö. Au revoir. Hallo. Hallo. Aber keine Zuschauer mehr. Einen. Ja, mich? Ja, siehste. Ja, das Problem ist, Lurker werden nicht angezeigt. Nicht mehr. Ach so. Zumindest kommt es drauf an, wie du anscheinend die Seite geöffnet hast. Okay. Also rein theoretisch. Wenn das hier stimmen würde mit den Lurkern, hätte ich mindestens nach Zuschauer. Aber da das leider nicht angezeigt wird, deswegen komme ich meistens auch nicht auf meine Zahl, die ich eigentlich haben sollte. Und da die妙 haben sollte. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF für funk, 2017